Also hier wurde ich nominiert in der besten Elf in der Schweiz damals und es hat mich schon sehr gefreut. Also ich war beim Breezy-Konzert und ich fand das Hammer, muss ich sagen. Ist das die Musik, die du gerne hörst? Ich höre alles, aber in dem Moment habe ich es einfach gefeiert. Also ich feiere die Musik von Chris Brown. Das war ein Foto von der Euro. Da hatten wir ein Fotoshooting und ich mag das Foto auch mit dem Schweizer Kreuz. Das ist eines meiner Lieblingsfotos. Da habe ich für den SC unterschrieben, das erste Jahr. Ja, da war ich noch ein bisschen jünger. Das war mein erstes Tor. Nein, das war mein erstes Meisterschaftsspiel mit 15. Da habe ich ein Tor gemacht. Das 3 zu 2, das kann ich mich noch erinnern. Das ist ein Foto, ich hatte letzte Woche im Urlaub. Ja, magisch. Wo warst du im Urlaub? In Magaluf, auf der Insel Mallorca. Hier habe ich eine Auszeichnung gekriegt in Barcelona. Da war die Alexia Poteas auch dabei. Als, was war das jüngste Talent? Hier war ich letztes Jahr im Urlaub in der Türkei. Da war ich auf einem Boot und habe ein bisschen Musik gehört. Und das ist mein Lieblingsfoto. Das ist mit meinem kleinen Neffen. Der ist mittlerweile 5 und der heißt auch Noah. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Davon, das Wichtigste.